Ich hasse Joggen und Tour de France finde ich unglaublich langweilig. Ich mache Bogenschießen. Ich laufe also gern durch den Wald mit einem normalen Bogen und schieße da mit Pfeilen auf kleine Plastiktiere. Und das macht richtig viel Spaß. Oder auf Luftballons. Luftballons sind fast noch besser. Das ist ein bisschen wie Kindergeburtstag. Ich musste immer am Tor stehen. Mein Lieblingswitz zurzeit. Was liegt am Strand und ist schwer zu verstehen? Geburtstag. Doch, auch an meinem Geburtstag. Ja, ich komme. Jetzt komm doch mit. Tschüss, Simone. Schönen Abend noch. Ja, danke. Gleichfalls. St comprisator! Jetzt kommen wir zum Titten. Entfer predigen imbalance. Untertitelung des ZDF, 2020